Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tagestaro am 29. Oktober 2017 Königin der Kirche Wir sollten heute mit unseren Gefühlen bewusst sein, mit Gefühl handeln, Gefühlen zeigen, aber auch Gefühlen annehmen. Wir sollen auch auf unsere Träume vertrauen, intuitiv handeln, auf unsere inneren Stimme hören oder kreativ zu sein, fantasievoll. Dann ist auch wichtig, was flüstert unserem Herz, weil das ist gerade die beste Ratgeber. Natürlich kann das passieren, dass wir mal ein bisschen die Realität verlieren und leben unseren Träumen, aber die Träume werden wahr. Diese Energie wirkt im heutigen Tag, aber es ist allgemein. In welchem Energiefeld befinden Sie sich? Wie geht es weiter? Was soll der nächste Schritt sein? Wie treffen Sie die Entscheidungen? Oder haben Sie schon eine Entscheidung getroffen und brauchen Sie eine Bestätigung? Oder haben Sie Fragen wie, liebt er mich noch? Kommt er zurück? Ist sie treu? Soll ich in dieser Arbeit bleiben? Werde ich einen Arbeitsvertrag bekommen? Wie wird eine gerichtliche Sache für mich ausgehen? Wie kann ich meine Finanzen verbessern? Soll ich diese Reise buchen? Kann ich meiner Kollegin vertrauen? Und, und, und. Es sind Fragen, was unseren Alltag betrifft, aber es sind auch wichtige Fragen. Und diese Fragen zu beantworten, braucht man keine große Analyse. Es ist auch nicht zeitaufwendig. Da reicht vollkommen eine Blitzberatung. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Per E-Mail. Sie schreiben mir eine E-Mail. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation oder stellen Sie Ihre Frage. Und ich werde persönlich diese E-Mails blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at. Denn der Susanna Medici.com Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für die E-Mail-Adresse. Vielen Dank.